So, herzlich willkommen zurück. Wir sind bei Tüte 13, Welt der Wunderturm in den Himmel schießend. Wir sind da schon richtig gut zureinander gekommen, aber doch, wir brauchen uns noch nicht draufsetzen, nicht? Wir haben die Erker schön fertig gemacht in den letzten Folgen und schön die Dekoration und so weiter. Ich weiß, Sie können mich gerade nicht sehen, dafür seht ihr den Turm, ist auch mal was Schönes. Ich habe den Zoom nicht rausgenommen, ist egal. Und seht ihr da oft genug? Ja. So, würde ich sagen, Tüte 13. Dann kommt der Lippse auch zur Geltung. Ja, allen haben wir noch den Grauen. Da haben wir noch einen Helm. Da haben wir noch einen Helm. Und Schlüssel haben wir auch. Schlüssel, wow. Lego Schlüssel. So. Dann wollen wir auch gleich schon nochmal abmachen. Zack. Das ist der Kerkermatt. So, dann noch dein Haar. Dein Bart. Oh Gott. Ja, ja. Alles so ansteckend. Ich trage heute mal Bart. Genau. Trage heute mal Bart. Ah ja, der Bart kommt erst, muss man wissen. Der Bart kommt erst, genau. Das sind aber auch mal Bärte, meine Güte. Das kommt einfach so reingelegt. Glaube ich aber nicht. So, wen haben wir hier jetzt als Charakter? Das ist Gandalf der Graue. Ein grauer Gandalf. Das passt von der Farbe her auch schon mal sehr gut. Ah, hier sind auch nochmal. Tüte 7 findest du den Umhang. Stimmt. Steht da? Jo. Cool. Für ganz Intelligente steht das mit drin. Jetzt wirst du es auch. Jetzt wirst du es auch. Aber wir haben es ja auch so hingekriegt. Gandalf der Graue. Weißt du Bescheid? Das fehlt immer noch so ein Stab. Ja, richtig. Sonst braucht er gar nicht bei Sorgemann auftauchen. Meinst du? Kann der nix ohne Stab? Der Stab ist ja zum Zaubern da. Ja, sagt man immer so. Hat bei Harry Potter hinterher auch so funktioniert. Ach so, da ist es einmal lang und einmal kurz. Ja. Hättest du auch sagen können. Entschuldigung, ich wusste ja nicht, was du suchst. Wieder umdrehen. Zack. So. Dann kommt dieses Blitzchen da. Nee. Oh, sorry. Nee, so. Hä? Ich habe das genau falsch. Ich habe das genau falsch gemacht. Wo man kann ja. Nee, das ist nicht richtig. Doch, das ist so richtig. Guck, dann habe ich hier nicht genug Platz für meine Dinge. Siehst du, der geht auch nur bis zu den ersten zwei. Ja. Ja, so kommt das. So, jetzt. Jetzt passt es genau. Kannst du die Haken schon mal so rum? Ich habe mich noch gar nicht davon. Ich habe die Haken. Die Haken. Die Greiber. Ich habe diese grauen. Ach, ich habe sie schon. Ja, so ein Zeug. Cool, cool, cool. So. Jetzt drehen wir das Ganze wieder rum. Oder? Nein. Ach, wir sind bei fünf. Doch, muss trotzdem rum. Doch, stimmt. Da hast du dieses Blech. Ist das ein grauer? Oder ein beiger? Nein, nein, das ist so ein grauer. Ist das doch noch ganz klar. Das ist so eine Platte. Genau, die hast du richtig. Genau. Sieht aus wie beige. Sieht aus wie beige, aber... So wie vorhin hatten wir die Farbe auch schon. Aber die haben wir nicht halt so eine. Also müsste schon so richtig sein. Aber die haben wir auch nicht mehr, ne? Nix. Wie die schon? Dann drehen wir wieder rum, dann haben wir die Umrandung. Genau. Denk mal oben. Nein, den weg. Aber ich habe hier was falsch gemacht. Ja, weil du... Da ist zwei dazwischen. Okay. Hier, dann doch das tolle Werkzeug verleck auf. Nein. Immer, wenn du mich damit drohst. Dann klappt das, ja. Geht's von alleine. Noch ein nächstes in der Mitte. Ja, wir sind ja wieder freiwillig. Ja, ein bisschen so groß ist es im Moment noch nicht. Aber es wird auch nicht mehr groß. Ja, im Gegenteil. Wir gehen hier jetzt schon in die Spitze oben rein. Richtig, ja. Wird langsam schmaler. Langsam, wie das schmaler brennt. So, dann kommt da noch so eine. So, ihr merkt, so viele Sachen kommen da auch nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch der hier, ne? Und da war dann wieder noch dieser. Ja, den anderen habe ich auch hier. Den letzten. So, nochmal sieben. Nummer sieben. Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. So, dann haben wir diese Spitzen. Da ist ein Vierer noch. Genau. Den hast du ja. Dann kommt die Klappe mit den drei. Ja, klappen sie schon mal. Ich gucke mir das hier mal an. Achso, der kommt ja in der Mitte. Copyright. Genau. Ah, wieder eine Falltür. Wieder eine Falltür. Oh, ich habe was vergessen. Oh nein. Da kommen noch rohe Dinger dran. Peanut. Die kann man ja... Stoßen bestimmt irgendwo gegen, ne? Noch nicht, mal gucken, ne? Gucken, was kommt. Gucken, was kommt. Oh, jetzt können wir ja schon hier. Ja, ich bin schon dabei. Da bist du schon fast dabei. Bist du schon fast fertig? Fast, doch noch. Genau, der fehlt mir noch. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt kommt diese Blinge wieder. Ja, der ist auch nicht mal richtig hier. Der kommt direkt da hin. Dann bleiben zwei frei. Oha. So, dann hast du einen hier. Einen hier. Was ist das denn für ein Ding? Ach, da. Und einen. Nee, direkt daneben. Okay. Bist du hier schon bei zweit? Ich bin bei elf. Ach, ja, wieso übersehe ich das immer? Ich habe ja jetzt das hier. Ja, ist richtig. Ähm, ja, bei Elster, doch. Nee, nee, ist nur das eine Teil. Nee, da ist noch die Vierer drüber. Ja, da kommen wir ja jetzt erst hin. Nee, Nummer elf bin ich noch. Ja, sag ich doch. Ich bin ja noch bei zehn. Ach so. Ah nein, ist ja richtig. So, zwei Stück. Einer hier und einer da. So. Jetzt sind wir bei zwölf. Dann kriege ich ja in die Bank rein. Ja, der kommt ja ganz links, genau. Ja, passt. Und dann kommen diese Grauen da drauf. Ja, das ist ja auch so. Hätte man auch vorher schon aufwarten können. Ja, dann kommt da nicht allzu viel auf einmal. Ja, wieso auch für Klappe? Hätte man das so direkt machen können? Also Kritik? Das überfordert vielleicht manche. Kritik muss auch sein. Hätte man machen können, ja, aber warum weiß man nicht. Je nach Untergrund dann, ne? Ja, schon wieder beim nächsten Bild. Mach deine Seite, was soll denn das? Ach ja, ich habe ja auch meine Seite. Das stimmt. Entschuldigung. Ja, nimmt mir meinen Job weg. Das Ende ist der erste schön Dekobauen halt. Ja, das geht mehr oder weniger aufs Ende zu, nicht? Jetzt mal in den Fluss, ja. Jetzt wupp, 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 wupp. Ja, genau. Minecraft. Ja, genau. So. Hast du die Ecke da auch? Ja, da. Die Ecke habe ich auch. Da sind wir jetzt, ne? Ja, so sehe ich das auch. Jetzt machen wir sogar drei Geteilt hier. Was? Ja, guck. Ach so, ja. Das ist richtig. Ja, das ist sehr schön. Und dann hinterher feiern die auch Hochzeiten. Ja, bleibt spannend, ne? Ja, ich wollte auch so viele. So, und dann kommt der da hin. So, ist auf deiner Seite auch einen? Ja, weiß ich. Oh nein! Hört auch. Ist das der Einer und die Zweier? Dann hast du der Einer. Der Zweier? Nein, dann mache ich den Einer wieder. Dann kommt noch einer davor hin. Zack. Das wäre die Seite. Nein, nein, nein. Ach, ihn drin noch, ne? Ich wollte das nicht schon wieder vergessen. Dann kommt so eine Platte drauf. Dann kommt so ein... Ja, ich habe es... Ah, direkt am Ende. So, jetzt darfst du... Da haben wir alles. Da fehlt noch dieses Fass. Oh ja, ein Fass hatte ich auch drin, genau. Von deiner Seite. Aber sonst haben wir alle. Der Rest ist drin, ja. Nicht, dass wir schon wieder zurückblenden müssen? Ne, ich glaube diesmal nicht. Siebenmal? Uiuiui. Ja, dann machst du die, dann mache ich die Einer. Wieso siebenmal? Siebenmal. Wird schon sein Sender haben. Ach so, immer so zwei aufeinander. Aber dann kommst du doch noch nicht auf eine ungerade Zahl. Lego kann das. Ja, das ist schon wieder falsch. Oh nein. Das ist schon wieder falsch. Siebenmal. Ach so, meinst du mit siebenmal. Ja, das stimmt. Jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Ja, siebenmal zwei. Ja, ist richtig. Ich dachte schon, wie willst du denn sechs, äh, wie willst du denn das durchs siebenteil? Ja. Durch zwei teilen, äh. Ja. Ich zieh die Bemerkung zurück. Ist ja nicht schlimm, du kannst ja nicht wissen, da kann ich reden. Und sowas hat der Matheleistungskurs. Ja. Bin durch, oder? Ja. Was das angeht schon. Bauen wir noch eine schöne Lampe. Ja. Und ich baue hier schon mal die Deko. Schwert. So, das Schwert kommt. Zack. Hä? Aber da fehlt schon wieder so ein Griff, ne? Ach, der kommt ja erst. Hm, da kommt noch so ein Digger drauf. So, und dann kommt die Macrete da rein. Oh, ja, ja, ja. Ach so, der kommt da auch in. Ja, ja, da kommt aber, äh, wo ist denn das Schild? Das hatte ich doch vorhin. Das habe ich. Hast du das auch da? Ich habe die Deko hier. Ja, das kommt dann nämlich auch da drauf. Cool, damit es da nicht wegrutscht. So wie andere Dinge. Ach, das kommt sogar da auf dein... Ach so, ich dachte, das ist ja nur eine Leuchte. Nee, da kommt sogar da drauf. So, man könnte auch mal sehen, wie es von innen aussieht. So ein Buschen. Mit ganz viel Zeugs und einer Falltür. Mal wieder. Gucken, wo die hinführt. Das wissen wir noch nicht. Ja, nach unten. Ah! Das geht in meinem Kopf nicht ran. Oh, das kommt ganz viel gegen Deko Zeugs. Äh, wo ist denn dann dieses schwarze... Dieser schwarze, ähm, Stab. Ich hab einen braunen hier. Wenn dich das interessiert. Nee, ich brauch ja den hier für... Ah, den brauchst du in Heimer. Ja. Ja, das ist hier auch wieder Deko. Und der braune kommt dann mit diesen Pümpel. Und dann haben wir das nochmal in seine Zauberstäbe halt. Sein grauen. So. Ach, das kommt ins Fass rein. Das ist ja auch sehr intelligent. Ja. Stauraum halt, ne? So. Drei Zauberstäbe noch dann zur Reserve. Ja. Und den Rest hast du schon? Den Rest habe ich gemacht. Das war hier oben, das Dach. Gut. Und Päckchen und so. So. Und so. Ich klebe dann wieder. Ja, bereite das schon mal vor. So. Die letzte Kleberung. Ja, haben wir da alle Klebstoff weg? Ein Klebstoff weg. Erfolgreich aufgeklebt. Oh mein. So. So, dann kommt das da und das da. Und dann kommt das hier hin. Ah, das ist so ein allwissendes Auge oder sowas, hm? Nee, eigentlich nicht. Das kann Sauron sein, aber... Allwissendes Auge. Das ist ja Sauron. Wenn jemand weiß, was das hier für ein Symbol ist, kann das erkennen er doch. Ich zoome das jetzt extra ran, dann schreib das mal unten rein. Ich denke mal, das soll Sauron darstellen. Ja, das kann ich mir auch schon vorstellen, ja. So, das haben wir fertig. Nein, noch nicht ganz. Warte mal. Wo kommt der denn hin? Dann kommen ja noch diese Zweier. Hier jetzt. Dann kommt dieser Einer. Ja doch, der passt ja noch schnell. Dann kommt dieser Vierer. Ein Einer fehlt hier dann. Ein Einer oder so einer? So einer, den du da hast. So ein Einer. So ein Einer. Genau. Ja. Ja. Wir bereiten so langsam die Dachkonstruktion vor. Richtig. Es geht Richtung der Kamera. Es geht Richtung Dach. Nicht, dass sonst Sauron man aufs Dach steigt. Und hier kommt der Einer. Und hier kommen die Ecken drauf. Schlechter Witz, der wird sogar noch zu. Natürlich. So. Okay, dann mach du die Brüstung, dann setze ich dir drauf und sage, ich bin durch. Ja, ich muss immer gucken, wie du das hängst. Ja. Zack. Zack. Ja, das ist nicht so viel. Ja, und am besten mal kurz, dass... Das ist tatsächlich eine Treppe zum Dachboden, glaubst du das? Wie eine Treppe? Hier sitzt du da drauf und dann kann er die Treppe so ausziehen. Ja, geil. Da muss man jetzt aber auf kommen. Darauf muss man jetzt mal kommen. Wie so ein Speicher, ne? Mach ich das jetzt so, genau. So, zack. Zack. Das ist ja krass. So, und dann kommt die Treppe, wo kommt die jetzt hin? Auf deinen, auf deinen Dachlukeln, die du gebaut hast. Ja, aber wie? Ach so, so. Andersrum. Du musst die, die, äh... Sachen, die du da glatt hast, die musst du außen sehen können. Ach so. Ja, und so. Äh... Du musst halt andersrum wiegen. Oder hast du verkehrt geklebt. Warte mal. So. Lass mal los. Versuch's so. Ja, ja, wirklich. Ich sag ja, irgendwann sieht man den Stein von Rotter Stein liegen. Äh, so. Hast du? Ja, nur. So. Dreh das mal in die Kamera, dass man das mal sehen kann. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Sekunde. Ja. Ach so? Ja. Also wenn man das hier so, dann kann man das hier so, und dann zack. Ah, wie so ein Dachboden, ne? Wie so ein Dachboden. Sehr geil. Apropos Dachboden, ich glaub, die Folge ist zu Ende. Ehm, Moment. Die Schlüssel, wo kommen die Schlüssel rein? Deko. Die sind übrig. Die haben wir als Deko. Würde ich so sagen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Da sind die Schlüssel. Da. Die werden da aufgehangen, siehst du? Schlüssel sind? Ach so, dafür sind die da. Ah. Dafür sind die Krippe da. Ich hätte sie jetzt unter Deko verbucht. Ja, die Schlüssel von Ort hängen halt. Die sind schon wichtig, dass die da hängen. Also wer den Film kennt, der weiß auch, dass die Schlüssel von Ort hängen sind. Jetzt sind wir fertig. Okay, dann machen wir die Folge hier zu Ende. Wir sehen uns dann bei Tüte 14 wieder. In diesem Sinne. . Okay. Vielen Dank.